Bleibt! Die Flat greift uns an! Gar nicht das lange Fackeln hier Schlimm ist, die holen sich einfach die Leichen, ne? Verflatten die! Aber jetzt ist grad nichts für die zu holen. Ja komm, dann mach das schon! Naja, du bist gerechter Zorn Das ist doch unglaublich, oder? Ist Türchen offen, Türchen offen, gut, also wieder rein Tarnung an Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komm ich nach! Naja, so Einfach ein paar Teile hatten, ne? Da klappt mit der Flotte eigentlich recht gut Sollte man auch machen, dass die Leichen mehr geteilt werden, denn wenn sie so ein Stück sind Können die Flotte wieder kommen und die einnehmen, glaube ich zumindest Ist alles nur pures Halb... Ach, was war das denn jetzt? Das war ganz ernsthaft! Ach, diesmal hat er gespeichert! Gut, wenn die Verstärkung da ist, komm ich nach! So, Jute, du machst! Ja, komm her, komm her, komm her, komm her! Ab! Ich sehe mal hinter uns her, ich hoffe mal nicht, ne? Ah, die ziehen doch mehr ab, als ich dachte, die kleinen Sporn, also hätte ich jetzt nicht so mit gerechnet Ja, blöd Lieber mal erstmal die Floodback machen, wegen die sind nicht ganz... die sind ein bisschen harmloser, finde ich Vor allem, weil sofort wieder meine Energie vollkommen down ist So, geht weiter! Hm... Was rappelt denn hier so? Ich mag solche Rappelgeräusche nicht, der kommt um mich rum Ah, wie gesagt, Julien, ich muss mich ja ein bisschen konzentrieren Bin auch schon wieder ja ein bisschen länger hier dran an dieser Aufnahmesession Eigentlich mag ich es gar nicht so, wenn ich die zu lang ziehe, dann rede ich einfach auch viel weniger Fehlt mir ein bisschen so die Konzentration Und, ne, überhaupt, und ja, ich bin so toll Oder auch nicht, das entscheidet ihr Ich habe eigentlich nur gehofft, dass ich das Level hier noch beenden kann, bevor ich die Pause mache Aber ich glaube, die wird wahrscheinlich noch ein kleines bisschen dauern Was machst du denn da? So, 80% also anscheinend verdienen wir gar nicht so viel Energie bei unserem Energieschwert Ja, ich weiß nicht, ich laufe hier ein bisschen ziellos rum Aber ich habe keine Lust, dass wir uns wieder von hinten eine reinklatschen Was macht das Ding hier? Soll ich eine Art Fahrstuhl darstellen? Ja, das war gut Oh Gott Klein-Esslin-Flag-Dinger da So, Energie ist oben, Kontrollpunkt ist erledigt Heißt halt, wir haben jetzt unsere Etage erreicht und können jetzt hier irgendwo raus Aha, er fährt also erst weiter, wenn die Flut wieder weg sind Das ist wohl ein Flut-aktives Fahrstuhl-Ding Äh, ach man, hör auf Vor allem, wenn das Ding wieder hoch geht, dann müssen wir da mal eine ganze Energie weg So, lieber erstmal wieder um die Flut kümmern Die kann ich mich gleich auch noch kümmern Bei so viel ziehen wir uns unsere Energie ab wie die Flut Die sind jetzt wirklich direkt ins Messer gelaufen Im wahrsten Sinne des Wortes Ich finde es toll Hallo Hallo Das ist da noch einer Hallo In Teil 3 ist halt schwer Irgendwann ist es eine sehr coole Waffe Besonders im Multiplayer, wenn man nur halbwegs an den Gegner rankommt Weil man eigentlich sehr häufig kommt Macht da recht Laune Ich finde, ja, ja Eigentlich fand ich den Multiplayer in Teil 2 sehr, sehr geil Aber ne So Ja So, aber Ja, die Server sind da leider abgeschaltet Glaubt mir, ansonsten wird da heute noch ziemlich viele Leute spielen Zumindest für Halo 2, Fly oder Burnout 3 könnte man vielleicht mal so, ich sag mal Separate Multiplayer Server laufen lassen Ich meine, ich weiß Gut, ich kenne, bin natürlich auch nicht ganz dumm Ich weiß schon, dass es immer noch Möglichkeiten gibt, das im Internet zu spielen Die möchte ich jetzt hier aber ganz und gar nicht erläutern Vor allem, weil das dann immer die gleichen sind Und das natürlich inzwischen die absoluten Fruiks sind Sagen wir es mal so von Können her Dann bin ich mit meinem bescheidenen 0815-Können hier natürlich nicht wirklich der große Killer Ja, 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 ich mach das schon für dich, mein Freund Aber müssen wir jetzt noch weitere 2 Stunden hier runterfahren Also das hatte ich jetzt ja eigentlich nicht vor Vor allem, weil ich mach immer das gleiche Mal hoch, runter springen, hoch, runter springen, hoch Noch einer Nee Geht weiter Aber da haben wir eine Tür Hopps Hopps Und durch, 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 durch Oh, oh, oh Wir haben keine Waffen, um diese Leichen zu verbrennen Jeder einzelne ist ein potenzieller Wirt für die Fladen Ja, ne Ja, ne Ich hab mal versucht die Ne, die kriegen wir anständig platt, aber zumindest die Eliten haben wir klein bekommen Was ist denn da los? Was ist denn da los? Schön Da guckt man, wird Fenster an und schon geht die kaputt Hier Ach, ja, das macht jetzt schon, ne Wir lassen mal so ein bisschen unten rum machen Können wir hier mal so ein bisschen umsehen Ne, doch nicht, können wir doch nicht Komm her, komm her, komm her Komm her, komm her Kann nicht Oh, ha, ha, ha Da hatte ich jetzt nicht vor Bloß schnell das Schwert wechseln Haps Hapsi 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 Auf den Dicken sollten wir uns lieber nicht mit dem Schwert stürzen Da kann ein Böse nach hinten ausgehen Uhuhuhu Uhuhuhu Ja, 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 ich hab's schon mitbekommen Komm her Ja, ja. Oh, oh, oh. Jetzt haben wir ihn jetzt schon wieder da. Ein schönes Schild. Ach, das gibt es doch nicht, Mann. Jetzt ernsthaft. Immer diese kleinen bepissten Flatt. Diesmal springe ich da nicht runter. Na ja, komm her, jetzt mach da hin. Los, hopp, 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 hopp. Was ist jetzt gefälligst alleine hier? Komm, ich mach der Exil die Scheibe kaputt und die ich hier angucke. So, dann gehen wir mal. Ja, komm, Runa. Hier. Dann mach. Ist der jetzt eigentlich unten? Oh. Ja, ne, ja. Okay. Dann gehen wir halt ein bisschen aggressiver die Sache an. Sprich, wir springen jetzt einfach mal mitten rein. Hacks. Einfach auf alles drauf, was sich bewegt. Ja, ha, 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 ha. Oh, da hat es gerade gestellt. Da muss ich leider die Aufnahme wenden. Bin eh schon wieder tot. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und ja, wünsche noch einen schönen Tag, Abend oder bis Moin. Bis zum nächsten Mal. 5237-516 h Military. Diener. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.